Musik Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, ich habe mich jetzt von dem Lager gestellt. Hier sind schon mal zwei von diesen Kobollen. So, mal gesehen, wie ich das hier hinfiege. Okay. Wow, das sind hier ganz viele. Ja, 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 ich weiß, dass ich leiden werde. Oh, Mann. Hä, ich kann es nicht aufsam nehmen. Au! Okay, warum konnte ich das jetzt nicht aussammeln, diese blinkenden Teile? Das ist jetzt mega unfair, würde ich mal behaupten. Okay, okay, die beiden hätte ich schon mal. Gut, gut, gut. So, ich speichere das einfach mal ab, meine Lieben, weil, na, ihr wisst, ich bin sehr ängstlich in Sachen Kämpfe. Ähm, ich mache jetzt mal den hier, den zweiten. So. Okay. Man darf denen nicht zu nahe kommen, oder? Dann wären sie sonst zu diesen komischen Bestien. Ja, 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 du bist ganz weit weg von zu Hause, I know. Wow, wo kommt Ellen her? Au! Den habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Oh mein Gott. Ich habe schon gekämpft, bevor wir... Sehr nice. Danke, Gemüse. Hast du fein gemacht. Hast du ganz fein gemacht. Ja. Sehr gut. So, drei sehe ich noch jetzt hier. Ich. Ich bin's, die Funny Granger. Aua. Ah! Warum mache ich mich denn immer unsichtbar? Das ist echt unfassbar. Das war ein Mist. Wo ist das? Hier. Au! Oh, oh. Ich sollte mal was trinken. Aua. Aua. Das ist ja nice. Der war gut. Der war gut. So, jetzt lade ich mich mal ganz kurz auf. Ich möchte jetzt keine Tränke verwenden. So, ich habe nur noch vier. Das liegt einfach daran, weil die Aufnahme schon wieder nicht funktioniert hatte. 30 noch drei. Wo sind die denn? Ach, da. Na, komm. Ja, nicht wirklich, aber ich muss die Aufgabe hier erledigen, Master. Deswegen bin ich noch nicht weggerannt. Wo sind die denn? Ach, da oben. Na, komm. Na, komm. Gleich habe ich ihn, hoffentlich. Na, komm. Ja, ich weiß. Ich kämpfe hier auch schon eine Weile. Wisst ihr? Alter. Ist ja mit dem nicht in Ordnung. Hab ich ihn jetzt irgendwie erledigt oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wo der war. Okay. Jetzt nur noch zwei. Ist ich das richtig? Gute Entscheidung, wegzulaufen. Okay. Oh. Okay. Das ist auch hinüber? So kann es laufen, ne? So kann es laufen. So, wo ist denn der letzte? Hallo? Ach, da oben. Der hängt da einfach fest? So, kommt. Keines Genüse. Du machst den Rest. Das war gar nicht schlecht. Oh, das fand ich auch. Und jetzt zu Ernst, Karen. Ja, ich habe wieder eine Tränke bekommen. Sehr schön. Puh. So. Und ich habe diesmal aufgenommen. Ist das nicht cool? So, dann sammeln wir jetzt mal die hier ein. So, was haben wir denn hier? Oh, Malvenkraut? Das werden wir einmal verwenden. Ich glaube, der Kampf, der ging jetzt gar nicht so schlecht, ne? So, jetzt muss ich was machen? So, jetzt zu mir ziehen, oder was? Okay. Ja, schweb du mal eine Runde weiter. Okay. Was läuft denn hier? Was macht denn hier für komische Geräusche? Oh mein Gott. Ah, okay, wartet. Hier. Hier ist was. Moment. Moment. Muss ich da irgendwas reinmachen? Komme ich hier durch? Oh, ich komme hier durch. Oh, die Karen. Oh, die fahren jetzt los, Leute. Tolle Verzauberung. Die Karen kehren zu Arm zurück. Oh, wie cool. Ach, das ist ja toll. Ah. Wartet mal. Da waren doch diese Kugelaussparungen, ne? Wartet, wartet, wartet. So, ein Moment. So, kommt mal mit. Äh, wo waren das jetzt? Also, das war hier hinten, ne? Ah, nee, da. Entschuldigt, Kugeln. Entschuldigt. Hier müsst ihr rein, ne? Ah. Oh, cool. So viel, viel habe ich noch zu machen. Ach, da draußen ist auch noch. Okay. Okay, okay. Also hier, ja. Gut. Wartet, wo sind denn die Kugeln da für? Ah, da. Guck mal. Ah, abbrennen. Alles Kärchen. Sehr gut. So. Ach so, jetzt muss ich, genau, den Zauber noch nehmen. So, kommt mal mit. Oh. Oh, entschuldigt, habe ich euch jetzt... Na, komm rein. Na, kommt. Na, sag mal. Jetzt. Jetzt haben wir es. Oh, cool. Ah, das gefällt mir. Das ist schön. So. Gibt es noch irgendwo was? Da oben. Das ist bestimmt wieder Merlins, ähm, Dingens, ne? Ah, da oben sind sie. Da oben sind die Kugeln. So, kommt mit. Kommt, kommt. Gut, 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 gut. Gar nicht so knifflig, man. Oh, nice. Oh, sehr schön. Und wieder ein Merlin-Zauber gemacht. Sehr cool. So, haben wir hier noch was. Zum Einsammeln. Für die kleine Fanny. Nein. Hoppala. Und hier vielleicht? War ich hier nicht grad drin? Nee. Okay, nix. Da oben ist aber auch nichts, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Okay, aber draußen waren noch ein paar Kisten. Und da waren noch auf jeden Fall... Wartet mal. Ich guck hier nochmal. Und da war noch ein Pilz, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, diese Salat-Kohlköpfe da, die sind echt cool. Die werde ich jetzt öfters verwenden beim Kampf. Also brauche ich ganz, ganz viele davon. Man darf die nicht unterschätzen, die Teile. Definitiv nicht. Ist da auch noch eine Kiste? Ach nee, die habe ich ja schon aufgemacht. Ist hier bei... Oh, da oben ist aber noch eine. Guck mal. Ich gehe mal kurz hoch. Hier ist noch eine. Guck mal. Oh, mit ein bisschen Money, Money. So, ist hier noch was? Rebellion. Gibt es hier nicht irgendwie einen Zettel oder sowas? Irgendeine Buchseite? Das wundert mich so ein bisschen, aber ich will hier auch kein Klingeln. Da ist auf jeden Fall noch irgendwas. Ist da noch ein Eingang? Weil da wurde ja auch gesagt, es gibt mehrere Eingänge. Ach so, aber hier kommt man nicht durch. Okay. Dann muss ich einmal nach hinten laufen. So, hier war nichts, ne? Rebellion. Ich gucke lieber doppelt und dreifach. Da. Dieser Pilz. Genau. Diesen Pilz wollte ich noch gerne haben. Ach so, da kommt man gar nicht ran. Wartet mal. Ich habe eine Idee. Einen Moment. Ich habe da jetzt mal eine Idee. So. Komm mit. Genau. Loslassen. Ach so, jetzt komme ich da gar nicht rauf, ne? Das hätte ich machen sollen, bevor ich das anhebe. Oder so. So geht's auch. Darum ist da noch bestimmt irgendwas. Ähm. Ne, wartet. Kann ich das jetzt irgendwie von dir machen? Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Ah, oder so. So kann man es auch machen. Oh, guck mal. Seht ihr? Ich komme hoch. Habe ich doch gesagt. Hier ist noch irgendwas Schönes. Okay. Oh, jetzt ist es wieder runtergefallen. So, aber hier war, aber hier war doch noch, ach so, hier war doch der Pilz. Komme ich hier nicht rein? Hier vielleicht? Ich will den Pilz haben. Verdammt. Na gut, dann ist es halt so. Kann ich nicht ändern. So, irgendwo war doch jetzt hier noch. Reveilion. So ein Säckchen oder so. Und wenn ich das habe, oder auch nicht, dann gehen wir auf jeden Fall wieder zu dem kleinen Kobold zurück. Der seine Karren vermisst hat. Ich wüsste jetzt nicht, wo das Säckchen ist. Verdammt. Ach, da. Da liegt was. Was bist du denn? Warst du ein Sack? Echt? Na gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder zu Arn zurück. Ist ja nice. Ich hoffe, uns passiert jetzt nicht allzu viel auf dem Weg dorthin. Aber wir können ja auch ein bisschen rennen. Schadet uns ja nicht. Die Ausdauer haben wir. Hi. Oh mein Gott. Von wegen die Ausdauer haben wir, ne? Wird das was? Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Äh. Ist ja auch wohl noch eine. Reveilion. Ne. Gut. Ich wollte doch nur zu Arn. Äh. Vielleicht sollte ich auch mal meinen, meinen Zauber ändern. Wartet mal. Ich sollte mal mein... Mein, mein... Lumos. Mein Lichtzauber anmachen. Den sehen wir auch vielleicht ein bisschen mehr. Reveilion. Leuchtet da irgendwas, Leute? Lumos. Ist da irgendwas? Oh. Guck. Achso, das kennen wir schon, ne? Jetzt hab ich gedacht, ich hab was Neues entdeckt. Na, so ein Mist aber auch. Ist egal. Wir gehen weiter. Okay. Oh, da. Den nehm ich mir auf jeden Fall mit. Den da auch. Das ist ganz schön dunkel hier, ne? Ich höre hier irgendwelche Dinger. Lumos. Sollte vielleicht mal nicht so viel im Wald rumrennen. Um diese Uhrzeit. Ich bin auch ganz leicht vom Weg abgekommen jetzt. Was suchen die denn hier alle noch um die Uhrzeit? Ihr müsst alle schlafen gehen. Oh. Oh. Feinde. Auf beiden Seiten. Wo gehe ich jetzt zuerst hin? Reveilion. Ah. Wieder spinnen. Mein Gott, treffe ich die auch mal, oder wie? Ah, ich bin zu weit weg, immer. Okay. So, da drüben sind aber auch noch welche, glaube ich. Was war das denn jetzt? Achso, Feinde. Wartet. Wo, wo, wo? Ach, da. Oh mein Gott. Du bist widerlich. Absolut. So, gibt's nix mehr zum Einsammeln? Ach, ihr seid ja geizig. Ich hab nix gefunden zum Einsammeln. So, da ist er, der kleine Arn. Hi. Wenn sie etwas kaufen wollen, fehlen mir leider nach wie vor meine Karren. Ja, das tut mir leid, aber ich hab die doch schon befreit. Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Rainrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Äh, es war schwer. Die Gegner, denen ich mich stellen musste, haben nicht kampflos aufgegeben. Ich bin froh, dass sie wohl auf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Oh ja, das klingt wunderbar. Gute Idee, Arn. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Aber sehr gern. Ach, schön. Auftrag abgeschlossen. Viel Glück noch. Äh, weggekackt. Sobald meine Karren hier sind, bitt ich gerne meine Waren an. Ja, na klar. Sehr, sehr gerne, mein Freund. Sehr, sehr gerne. So, hier ist ja der Verkäufer. Ähm, ich werde mal ganz kurz noch mal gucken, ob ich irgendwas Interessantes bekommen habe. Äh, einmal hier hätte ich was Neues. Oh, 33. Ja, dann tranken wir so einmal wieder, oder? Würde ich mal sagen. Und was zum Unterziehen? Das ist... Oh, das ist gut. Ja, okay. Okay, lässt sich mitleben. So mehr haben wir jetzt nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Äh, den haben wir hier, genau. Und zwar Gegner. Da haben wir ja wieder ein paar neue. Und zwar die Kreuzspinnenboten. Alle magischen Spinnarten sind anfällig für Feuer, besonders bei niedriger Gesundheit. Bei niedriger Gesundheit wird die Spinne durch Feuerangriffe entzündet, wodurch sie hektisch umherjagt, ehe sie stirbt. Wenn sie vor ihrem Tod weiterhin Schal nimmt, explodiert sie und trifft dabei Ziele in der Nähe. Wenn diese Spinnen anfangen, sich einzugramen, reißt Flipendo sie aus dem Boden, was ihnen massiven Schaden zufügt. Okay, dann haben wir ja hier Wächter der Anhänger. Dieser Renrock-Anhänger sind Meister der offensive und defensive Magie und können es selbst mit den mächtigsten Hexen zaubern aufnehmen. Das habe ich echt gemerkt. Diese Renrock-Anhänger können verdorbene alte Magie einsetzen, um die Stärke aller Kobolde in der Nähe zu erhöhen. Während sie die Magie aufbauen, um sie auf ihre Gefährten zu übertragen, kann Bombarda sie unterbrechen und in einer verheerenden Eruption entfesseln. Wow. Kreuzspinnschütze, die Spinnen spucken lieber aus der Ferne. Ätzendes Gift. Okay, trifft sie mit einem, trifft sie mit einem Feuerzauber. Okay. Ja, diese dunkle Straßenköter, die mache ich total gerne, da habe ich schon ganz viele von gemacht. Ähm. Die sind total easy. Für die Fanny gemacht halt, ne. Ähm. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was Neues. Ein Helm hergestellt von Kobolden auf höchsten Koboldstandard. Du erhältst ihn, wenn du den Kobold arm hilfst, seinen verlorenen Wagen wieder herzustellen. Ah ja, okay. Sehr, sehr lieb von ihm. Gut, mehr haben wir hier nicht. Alles klar, dann kann ich ja jetzt den Rest verkaufen. Hallo, Mr. Simi. Was kann ich für Sie tun? Warum ist denn das jetzt hier wieder aktiv? Was verkaufen Sie hier? Keine Ahnung. Wie kann ich heute behilflich sein? Äh, du könntest mir mal hier ein bisschen was verkaufen. Also ich meine, ich möchte gerne was verkaufen, umgekehrt. So, ich habe zwar genug Plätze frei. Aber Geld kann ich ja auch gebrauchen. Okay, super. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, ich hoffe auch. Gut. So, dann würde ich mal sagen, werde ich jetzt mal zur Abwechslung wieder nach Hogwarts reisen. Guck mal, was ich hier schon entdeckt habe, so ein bisschen, ne? Ist echt der Hammer. So, dann einmal Hogwarts-Gelände. Also, dann würde ich sagen... Gehen wir hier hin, oder? Zur großen Treppe. Ja, komm. Gehen wir da hin. Alles gut. Boah, dann habe ich das Lager auch geschafft. Ich bin so happy. Ach, und im Übrigen... Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Da hast du recht, Madam. Was ich sagen wollte, durch die ganze Aktion hier, weil ich bin ohne Aufnahme mal ein bisschen durch die Gegend gelaufen, um ein paar Pflanzen zu sammeln, um die Mondsteine zu sammeln. Und dort habe ich ein bisschen auch diese Ausweichrolle geübt bei diesen Straßenkötern-Jagen und habe somit auch die Quest erledigt. Ich kann euch die gerne mal zeigen. Bei Aufdringen. Aufdringen. Ähm. Ne, Moment, das war hier, ne? Genau. Jetzt kann ich den Expelliarmus-Zauber lernen, aber nur am Tag, ja? Dann müsste ich dann zu Professor Hackett wieder. Und was hätte ich hier? Starte... Ne, starte Mr. Ollivander. Ah, okay. Besuch ab. Gut, aber ich würde sagen, wir machen dann erstmal hier diesen Unterricht. Wieso habe ich das jetzt nicht angeklickt eigentlich? Bin ich denn völlig doof? So. Okay, so. Jetzt sind wir hier bei der großen Treppe, richtig? Aber wir sind doch nicht ganz unten, oder? Ne. So, dann gehen wir mal runter. Weil, wisst ihr, was mir mal aufgefallen ist? Ich war noch gar nicht im, 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 im großen Saal, ne? Da, wo die Kids alle essen und trinken. Aber ich weiß jetzt auch, ehrlich gesagt, gar nicht, wie man da hinkommt. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Oh, eine Kiste. Oh, Mega-Power-Trunk. Oh ja, die mag ich. Schön. Ähm, wo bin ich denn jetzt hier? Oh, was ist denn da oben? Reveglio. Ach, ich fühle mich so, so wohl hier. Weil es hier nicht so voller Gefahren ist. Ähm. Kelpie. Kelpie-Statue. Kelpie-Statue. Oh ja, das sieht schon echt nice aus, oder? Wow. Oh, hier ist ein Augentruhe. Wartet, 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 wartet. Ich muss mal ganz kurz meinen Zauber wieder ändern. In den da. So. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen 500 Münzen. Sehr schön. Hier sind anscheinend immer 500 Münzen drin. Voll cool. Voll cool. Aber wo bin ich jetzt hier, Leute? Reveglio. Ich hab keinen Plan. Die Musik ist schön, oder? Lässt du mich raus? Dankeschön. Oh nein. Nicht doch. Hau bloß ab. Ich will dich nicht. Wo bin ich, Leute? Wo bin ich? Wo ist denn der Gemeinschaftsraum? Ist das nicht hier dieser Flügel hier? Na klar, hier. Große Halle. Achso, da komme ich gar nicht hin, weil ich da noch gar nichts habe. Ja gut, dann gehen wir jetzt da durch. Da durch und dann gehen wir da rein oder so. Ja genau, so machen wir das. Oh. Oh, wartet. Interagieren. Ein Moment. Ich brauche meinen Lumos wieder. Das ist ja ja nüchtern. Lumos. Okay. Äh. Ah. Easy. Wartet. Ich muss sie alle anschalten, oder? Also, anschalten, sag ich schon. Anzünden. Das war knapp daneben. Jetzt. Also, Reichweite hat der Zauber ja wirklich nicht, ne? So, Lumos. Wartet mal, hier sind überall Zeichen. Eine Eins. Was steht da? Wartet mal. Ah. Zwei. Drei. Vier. Eins. Okay. Vier. Okay. Ah. Dieses Viereck ist, was? Oh, Entschuldigung. Oh nein, das war der falsche Zauber. Moment. Ist das die Vier, ne? So. Was bist du? Du bist dieses Kreis Dingens. Du bist die Zwei. Gut. Äh. Das Dreieck mit dem Kreis ist die Drei. Und das andere ist die Eins. Okay. Dreieck mit Kreis ist die Drei. Hier, du bist die Drei. Oh. Wow. Jetzt hab ich mich aber erschrocken. Okay. Löse die Geheimnisse von Hogwarts. Wow. Ich hab's abgeschlossen. Eigentlich wollte ich schon längst die Aufnahme beenden. Oh Mann. Mach mal die... Jetzt sind wir genau unter der Brücke, ne? Oh, schön. Oh. Kiste. Ein Holm-Dunkel-Dingsbums. Ein Holm-Dingsbums, ja. Oh, da ist wieder eine Kiste. Magische Gemälde. Oh, da ist eine Ratte. Und eine richtig dicke, fette Truhe. Oh, da ist ein paar Handschuhe. Oh, da ist ein paar Handschuhe der dunklen Kunst. Ach so, warte. Lumos. War das jetzt alles? Ja, okay. Cool. Dann haben wir auch noch ein Geheimnis gefunden. Oh, da ist ja auch noch ein Geheimnis gefunden. Geht's auch wieder zu? Wow. Geil. Haha. Zu cool. So, aber eigentlich wollten wir ja rüber, ne? Dann haben wir das hier auch erledigt. Coole Sache. Wow, hab ich mich jetzt erschrocken. Eigentlich sollte ich ja mal schlafen gehen. Okay. Wow. Ein Viadukthof? Was? Bitte? Bitte was? Hä? Ja, okay, okay. Oh mein Gott. Bist du denn des Wahnsinns, ey? Flohflamme. Ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Bist du hier so zu erschrecken? Wobei sie ja freundlich ist, ne? Guck mal, die schlafen wieder alle, ne? Ich glaube, ich bin immer die Einzige, die hier nachts rumrennt. Hm? Ist die Statue hier draußen, oder ist die drin? Bin schon wieder neugierig. Ah, okay. Super. Sehr schön. 650. Hier ist aber nichts, oder? Okay. Okidoki. Dann gehen wir rein. Ah, schön hell hier. Ah, da komme ich nicht rein. Natürlich nicht. Oh mein Gott. Aber hier würde ich reinkommen. Das macht man andermal. Super. Oh. Oha. Oha. Gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, mache ich für heute Feierabend. Ich denke, es war heute Action genug hier bei mir. Boah, ich bin aber immer noch sehr, sehr froh, dass ich dieses Lager da geschafft habe mit den ganzen Kobolden. Ich finde doch, das ist ganz schön heavy, ne? Stellenweise die Kämpfe. Also, zumal ich das ja auch überhaupt nicht mehr gewohnt bin, seitdem ich Fallout gespielt habe. Und das ist schon sehr, sehr lange her. Aber ich freue mich trotzdem. Also, ich freue mich gerade deshalb. Und in der nächsten Folge machen wir hier weiter, meine Lieben. Ich freue mich auf jeden Fall. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bye, bye. Ja, guck mal.